Nein, noch nicht, noch mich, wartet kurz. Moin Leute, was geht ab? Heute sind wir bei einem Turnier bei Lauren dabei. Und ihr könnt auch selber mitmachen, es ist bis zum Januar und fertig. Viel Spaß. Habt ihr jetzt schon gesucht? Habt ihr schon angefangen? Gut. Nice Deutsch, Junge. Ja, lass jetzt, ey, einer zählen runter, ne? Ja, wir machen bei 20,35 einfach. Hä, was bei 20,35, hä? Ja, okay. Nein, ich kann nicht. Doch, zähl einfach. Ja, ich auch nicht. Ja, dann zähl du einfach von 10 runter, dann wissen wir doch, wann es losgeht. Ja. Da brauchen wir keine Ruhezeit. Mit 20,35 starten wir einfach. Sag mal, wann das ist. Ich bekomme meine Handy-Uhr. Wie lange ist noch? Ich muss bereit rücken. Okay. Ach du heilige. Geht's jetzt mal los oder so? Oh, ich will wieder mit Lauren in der Runde sein. Und man, äh, es steht, ey, Nico und Edi steht nur, wenn man mit Lauren in der Runde ist. Weil dann guckt ihr halt auch bis zu Ende. Und wenn du nur gewinnst mit mehr als zwei Kids, dann kommst du auf die Liste und... Und weil man nicht in Lauren in der Runde ist... Oh. Nein, er guckt dir ja auch zu. Er schreibt sich dann auch. Er guckt dir ja zu. Du musst ihm kein Switcher haben. Ja. Bei mir ist das Ladeskrieg. Wie viele Leute sind bei euch drin? Bei mir sind 100 drin. Bei mir sind 100... Meiner kommt zwischen Superhelden, Superhelden und Rennbahn mit. Ich auch nicht. Warte. 98 Läufig. Kommt der... Kommt jetzt nach Hounted und Snobby? Ja, so dazwischen. Ja, da kommt der. Ey, nee, Alter, als wenn. Von Witte da. Also da ist Rennstrecke. Ja. Ja. Und... Rennstrecke da. Und unter der Runde. 97. Lauren ist im Busfahrer gebracht. Dank. Ich auch. Ja, ja, ja. Okay. Von Shifty nach Lazy. Ich gehe... Ach, ich gehe, glaube ich, nach... ...Junk. Äh, Elis... Elis... Nico, seid ihr auch mit Elis in der Runde? Nein. Nein. Aber wir sind gegenseitig in der Runde. Vielleicht kann ich jemanden... Aber ich bin, glaube ich, mit Elis in einer Runde. Der Bus ist gerade bei Lazy. Bei uns. Ja, der ist jetzt... Der ist jetzt schon... Alle wurden jetzt rausgeschmissen. Ich gehe da, wo ich bin. 200er Ping. Muss los. Ich gehe im Hotel. Hey, Mose. Hey, da geht man im Hotel. Ja, äh, Jonas. Äh, wurde ja irgendwie der Account-Test, ne? Nein. Super-Count. Was ich hier mal... Was bei Ihnen in der Infobeschreibung da stand. Da stand irgendwie... Ich bin Eichel-Jonas, oder was weiß ich. Digga, ich habe bis jetzt so einen Scheiß-Loot, ne? Also, dieser Ping, der ist... Guck mal, wie wir... Ja, da sind ja so komische Gegner wie gestern drin. Gestern war er... Warum bist du schon tot? Ich bin noch nicht tot. Ich bin vom Sturmgewerben und dann pfuschig. Und mir ist wer? Leise? Der, das ist doch unnormal. Dieser Ping. Oh, Nico, du befindst du mal noch in der Zone. Er hat mich! Oh mein Gott, ihr gebt mir mit der Doppelkanone einen Headshot! Wie lucky! 48 HP! 48 HP, ich glaube es nicht. Ey, es ist so unlucky. Okay, komm, jetzt können wir wieder. Ey, ich... Bei 2039. Boah, es liegt aber... Oh, wie scheiße! Bei 2039. Nächste Runde. Bei mir los. Ja, gehen wir jetzt alle raus, oder was? Ja, natürlich. Okay. Ist jetzt gleich schön. Oh nein, bei mir ist noch ein Ladebildschirm. Oh nein, als wenn, Digga. Du bist trotzdem bereit. Lauren, hast du bereit zu kommen? Alle abrechnen. Alle abrechnen, ja. Alle abrechnen, okay. Nein! Oh nein, ja, okay. Was? Was für nun? Hä? Ich bin in Rita Row gegangen, Alter. Alter, wieso geht da... Ich bin am Arsch der Welt gelangen, der geht wirklich wer an und der gibt einen Doppelkanon-Headshot. Oh mein Gott, was ist das für mich? Oh mein Gott, ich hab einfach mal drückt. Jetzt? Jetzt? Ja. Oh. Als ihr schon trittet im Server bei, ich bin warte auf dem Server. Ich bin halt schon bei Warten. Ich bin bei Warten. Trete dem Server bei. Bin im Ladescreen. Meiner kommt zu von Lazy. Von Lazy bis... Laufen ist schon drin, das heißt nichts Gutes. Spannender ungefähr. Ich auch nicht. Lazy bis, komm. Sag Lazy, Mann. Lazy bis, komm. So unter Rösschen. Ich bin von Rösschen. Ich bin nach Jump Jump Jump. Ach man, Renn... Rennbahn bis Jump Jump. Junk. Ja. Wir sind alle in einer Runde aus Verlaufen. Was? Ja. Moe, das ist 2006, alt, das war ein Bootfahrer. Sag Lazy. Ey, wollen wir die Runde spielen? Lass alle Tätig gehen. Okay. Hallo, bitte. Hallo, bitte. Hallo, bitte. Hallo, bitte. Ja. Ja. Weiß ich nicht. Ich glaub nicht. Ich hab jetzt grad bei dem Bootfahrer gedankt, also stellen wir uns aber nicht. Keine Ahnung, wie auf dem Fall sieht ihr uns. Ich seh Ballhausen. Aha! Ja. Ja. Ich bin tot. Scheiße. Aber ich hab noch wen geholt. Ich weiß, wo du bist. Oh, fuck, Alter. Finn, du hast deinen Gegner geholt, ne? Ich weiß. Danke für den Loot, Alter. Ja. Hey, Lauren, bist du schon gequittet? Ja. Dann geh ich auch quitten. Warte, ich pushe jetzt auch rein. Hier hinten. Wo ist deiner? Ich pushe. Hm, ich hab mich leider selber in die Luft gejagt. Und das ist Band. Helfo? In einer Minute. Ischt? Nein. Nein, wartet mal. Ich hab 44. Aliv. Ich hab 44. Nein, wartet mal. Ich hab zu und und ich geholt. Ich hab alle geholt. Ich to." Ich to." Ich to." Ich te." Wo? Das ist er. Quitte, 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 wartet noch. Wartet, ich quitte. Nein. Ja, 34, wenn... Hey, Alter, jetzt bin ich nicht drin. Ja, okay, doch, ich bin da. Und ist es? Nein. 34, wenn... Ja, geht doch. 34, wenn... 34, wenn... 34, wenn... 34, wenn... 34, wenn... 35, wenn... 35, wenn... 35, wenn... 35, wenn... 36, wenn... 36, wenn... 36, wenn... 36, wenn... 36, wenn... 36, wenn... 37, wenn... 37, wenn... 37, wenn... 37, wenn... 38, wenn... 38, wenn... 38, wenn... 38, wenn... 39, wenn... 39, wenn... 39, wenn... Ich bin jetzt im Ladescreen. Ich auch. Digga, diese Legs, alte, die sind echt nicht normal. Irgendwie glaube ich, dass ich jetzt in der Runde mit Nico und Finn bin. Von Zunk. Was kommt von Zunk? Lauren, sag du. Von Lazy bis Shifty. Nein, Wailing Woods nach Lucky, Alter. Ewes drin, ewes drin. Oh man, Digga, Maul. Ich komm von Lazy. Ja, ich auch. Ich hol's mal den Busfahrer. Sag, ich hab ein Busfahrer. Da ist von Bergfried bei mir in der Runde, Digga. Okay, ich geh'n. Von Bergfried, wollen wir gehen, wollen wir nach Snoopy gehen und nach Freunden oder nach Riesen. Wir sagen schon, wo wir kommen und am Anfang machen wir. Am Anfang machen wir immer, äh, aber wir danken uns immer beim Busfahrer, dann sehen wir ja an, wie wir nach Runde sind. Ich geh' nach Greasy, Alter. Ich geh' auf, ich geh' auf Safe. Es bringt eigentlich eh nichts, aber... Es ist mir lecker. Obwohl ich geh' zur Insel-Sinsel. Ich glaub' ich geh' ähm, Stuhl. Ely, du brauchst mindestens zwei Käse. Ja. Ja. Aber ich... Aber ich... Ja, Team Schirrmann... Ich krieg' schon ein... Ich krieg' schon ein Käse, wenn ich gewinne. Also wenn... Außer wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Team will mit null Käse mache, aber das ist ja auch unmöglich. Außer für dumme Leute zum Beispiel. Hier. Ich werd' so feiern, wenn Ely bis zwei Käse, der Letzte bringt selber selber um. Oh. Ich geh' echt gern. Hä? Ähm... Von Bergfried, wo bist du gerade? Nein, ich hab' einen Warnschaft geschlossen. Tomato? Acht, du Heilige! Da ganz oben, ne? Es ist 28, natürlich. Oh! Ely hat den Geholt. Ely hat den Einkill. Was? Ich hab' auch schon drei Kills, Alter. Aber es bringt ja nichts. Nice. Jetzt so RIP-Tot. Jetzt so RIP-Tot. Beschwebt. Ja, ist nur eh nicht, Maroni. Ja, ja. Von Bergfried hast du schon gesehen, wen ich alles abgeschlachtet hab, Alter. Darf ich mitspielen? Ja, dann musst du auch, äh, Nordamerika-West-Sazahn, Alter. Warte, achte jetzt mal drauf! Siehst du meinen Kill unten? Dann musst du, ähm, hier, siehst du... Mein vierter Kill. Und dann musst du, äh, Streamer-Modus aushaben und dann einfach mit uns vergleichen World-Set starten. Äh, Andreas, ja, vielleicht, ja. Das ist von einem Freund davon, der Cousin. Ach so, der! Ach der, ach der, ach der. Der Marvin, der Marvin. Von Calvin. Ja, wir mitmachen. Ja, wie viele Leute machen dann mit? Marcelo will ja nicht. Ja, aber... BVB-Konny, den brauchen wir doch in der Party. Deswegen. Keine Ahnung, besser sein. Ja, ja, ja. Ich hab' den Namen vorgegeben. Nur BVB-Konny ist so Legende, ne? Kapper. Mann, ich will die Runde irgendwie zu Ende zocken, Alter. Ich will mal was ausprobieren. Kann man da unten rein, ne, Olga? Lol. Ich finde, wär's jetzt so ein Endgame, wenn ich den Kiel ist und wir würden die Runde starten. Wirst du da weiter zocken, oder? Nee. Keine Ahnung. Je nachdem, wieviel Kills ich habe. Ja, wir sind schon in Holland, ne Party. Warte, ich darf noch kurz mal den einen. Der möchte auch in die Party. Andreas Jappel, oder wen? Ja, ich hab' ihn schon entfreundet, weil er mich heute voll gespampt hat. Der schickt mir den F.A. Ich hab' mich heute voll gespampt. Ich hab' mich heute voll gespampt, aber der ist mal gelöscht. Ich hab' mich heute voll gespampt. Ich hab' mich heute mal gesagt. Ich hab' ihn jetzt verspampt. Ich hab' mich heute voll gespampt. Äh, ich hab' ihn jetzt. Von Bergkrieg bis zu immer noch in Tomato. Oh nein, da schiebt zu gern. er wurde einfach geholt er bleibt zugucken zugucken ich gucke einfach auf den klinik hey junge wo ist der der dich getötet hat von bergfried ja ich bin noch an dem so ist eh noch an dem ja das problem ist aber ich ich habe keine einzige shotgun jetzt sehe ich eine zweite maschinenpistole auf den ganzen tag ich bin auf der super schüler und ok er was hat dein Bruder was hat dich ja ich hab fünf kills alter ich geh jetzt nach tomato town fickt diesen roten ritter ist der immer noch in tomato rennt der in irgendeine richtung oder so ja Eli du musst gleich laufen oder wie viel leben hat der noch mehr als sicherlich gut noch nicht abgehauen wir sehen die ebenfalls nicht mehr Elvie auf jeden fall guckt diesen blue druz und so allefalls sind ja nur kill 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 4 kills hat darkrover mit diesen gekauften schwarzen flügeln wieder vom battle fast bist du immer noch beim stuhl nee ich bin jetzt hinter brücke es ist so lachhaft ich hab peter rasiert aber was bringt mir das ich bin ich mit lauren ich hab das jetzt im runde es ist nur es ist man ja schon ja ich warte Waaat? Alter jetzt der P90 Ich fahr auch gut, aber die tausend sind Ich brauch nur Schock dann Hey, what the fuck, wie nichts connected, alter Nein, ich bin stuck Hi Hi Wird er mich als Freund löschen? Es ist mein Bruder, der dich voll spammt Ich bin die ganze Zeit bei uns Jetzt ist dein Bruder 6 Jahre Ja Ist gefühlig, dass er ihn voll spammt Ich komm jetzt, jetzt kann ich in deine Gruppe joinen Und der zackt Fortnite mit 6 Ja Ich hab ihm das eigentlich verboten Aber der macht's einfach Er geht einfach an meinen PC dran An meine Playstation Er geht einfach über Eli, bist du da? Eli, willst du das? Eli, willst du es dir nach oben? Äh, ich bin grünklee Ne, ich bin grünklee Von Bergsleet Guckst du noch zu? Ja, ja Und Stream Und Stream am Modus aus Und Amerika Westen Also wir suchen einfach uns Ey Leute, ich hab 7 Kills und es leben immer noch 21 Leute Das kann man richtig Ja, 21 Oh Ähm Ähm Wo ist bei dir die Endzone? Bei mir Ja Lonely ist drinne und Retail Row Ja Ja Du kannst doch einfach bei diesen benutzerdefinierten Einstellungen Bist du noch 19 Leute? Ne 20 Leben Äh, 21 Äh, ein Genau Ja, hab ich nicht Digga, die kriegen doch nicht mal was Ich weiß nicht 21 Leute bei Leben bei mir noch Ich hab Deutschland das Thema Fortnite Ja Junge Okay, nice Junge, selbst einfach ein Lahmheitsgefunden Eli, schießt du auf den Typen? Auf welchen? Ich schieße grad nicht Seid ihr in der Runde? Seid ihr in der Runde? Seid ihr in der Runde? Äh, ja Lauren, eins muss mich befassen Wenn ich nicht sehe Wenn ich nicht sehe oder wenn du mich siehst Schieße Ach ne, der Geist ist einfach so Ich gehe gleich wahrscheinlich Spro-Party-Spiel-Shet Äh, Spiel-Shet Also nicht, Lauren Man hat gar nichts Ja, war hier Dann Alter Ich hab schon gesagt Alter Was bin ich nicht? Ich will überwissen Lauren Lauren Wenn ich das Wenn ich das Sollte ich dich Oh Sollte ich dich dann zum Beispiel töten Oder tötest du mich zum Beispiel? Nein, ich bin tot Ich Erschütte mich die ganze selber Achso Also die ganze selber, aber ich verkack halt immer Achso, ok Welcher Moritz ist das? Ist es dieser Moritz? Wer ist das? Wer ist das? Ist es nicht der, der... Wer ist das? Wer ist das? Ist es nicht der, der... Nein, sag mal wer ist das? Wir waren mal mit Calvin, Luis, äh und Lauren auf dem Sportplatz da bei dem alten Sportplatz in... Wie heißt du? Marvin Marvin? Ich heiße Marvin Ich weiß es nicht gut Herr Marvin Ja egal Jura, kennst du mich? Jura, kennst du mich? Egal Und was? Ja, Marvin, egal Ja, man kann... Ja, wenn man gewinnt und die meisten Kälzer am Ende... Er kriegt den Euro Ja, wenn die meisten Kälzer ankommen, dann sch... Jetzt spitze ich Und wir werden... Jetzt nicht die ganze Zeit labern, Edi will ich konzentrieren Aua! Edi... Edi will nicht mehr so Ich spitze jetzt richtig Jura, sind zu viele Ja, egal Jetzt halt einfach mal alle live rein Über 15 Gegner Oder was für Edi ist Gottfried Wer labert da im Hintergrund? Ja Ja, ist ja normal, ne? Egal, 7 Nachtart hab ich nie drüber, Mann Höfstens 3, 4, aber... Ja, Mann Hauptsammann Man kann ja auch einfach alles stumm außer Lauren Ja, oh! Edi, deswegen holst du weiter Chaos Okay, du musst noch gewinnen und den letzten holen Dann hast du... Noch insgesamt 13, also... Ja, mit Edi 13 Ich hör mal mein Handy, alter Ihr guckt einfach bei mir auf den Spielen Alter, erstmal hier My big shady skin Edi, wo bist du gerade? Ähm... Irgendwie... Bei diesem... Bei diesem Monument da Bei diesem... Du weißt schon... Bei dieser komischen Zone da Oh, nein! Bei Weetail Hey Moritz, wie ist deine Endzone? Weil... Äh... Moritz Ernst? Aha, Moritz Oh, Schiss meiner stört mir gerade, glaub ich Ich bin mir in die Mein hast gestorben Vier Kills TKWs Ok Alter, ich bin mir da Ich bin mir da Das... Das... Ja, du musst einfach nur Amerika-Westen-Server Anhaben Dann auch meinen Banner Ähm... Und ich zähle mal so das aus Und dann starten wir da Also eine Dolo-Runde Also eine Dolo-Runde zur gleiche Uhrzeit Und wer dann geworben hat Und die meisten Kills hat Der kriegt dann... Äh... Oh nein, das wars Ich werde das hier nicht... Wann machen wir zur gleichen Zeit an? Ja, wir sagen eine Uhrzeit Und dann zu der Uhrzeit starten wir Ich würd sagen um 20 Uhr... um 21 Uhr 15 Nein Wär wenn wir tot sind, ne? Wenn meine Runde vorbei ist, dann eine Minute danach Ja... Nicht... 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 Äh... Parkmann Oh... So schlecht, alter Laura... Ja... Woher wir... Meiner ist gerade... Ganz knapp in der Zone auf so'n kleinen Berg So... Links neben den Titten, alter Ähm... In der Nähe von... Aber nicht in der Nähe von Containerpark, oder? Ja... Also ich meine... Also ich meine... Ich meine Wohnmobilpark, also die so über die ganzen Filme Wohnmobiles stehen Übermitte, ganz knapp übermitte, so vor den Löwen Ok Übermitte ganz knapp, übermitte, so vor den Löwen Da Team zwei, oder? Die Team, oder? Jo, da teamen zwei einfach Ja, das kannst du privat klären, das ist jetzt gar nicht so Nervt man mich Ja, naja Nein, da sind zwei Leute die stammler das die die warte bei mir grad richtiger freilich der der die die das macht keinen bock alter die 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 Na? Okay, sei, sei, ich mach' voll Bock, Alter. Wenn Edi jetzt stört, ne? Was? Ja, dann... Er haut ab, der geht. Nein. Neun Zuschauer, ja. Ja, er haut ab, der geht. Ich gucke auch zu, ich hab' nur fleißig. Neun Zuschauer, ja. Wurde dir nicht... Ja, so schlecht, Edi, den kannst du eh geh holen. Das ist so ein Freak, Edi. Kann halt nur ein bisschen... Ja, bei... Fuck. Warum wär's denn schlecht? Ja, wenn man ne Snipe hat, ne? Man kann nicht so leicht snipe, ne? Wen denn, den TK, oder was? Nein! Die nächste Runde. Gucken wir jetzt. Ja, nächste Runde. Okay. Nächste Runde startet um 21 Uhr zwei, also in zwei Minuten. Hm. Nächste Runde startet um 21 Uhr zwei Minuten. Sieben Kills und weil er den High Ground hat, hat er mich geholt. Um 21 Uhr zwei nächste Runde. Ihr müsst einfach mit Amerika-Ferber-Rest anladen. Mein Banner. Und dann noch Spielermodus aushaben. Und dann verbringt euch nur Zeit schlafen. Und dann noch Spielermodus aushaben. Ja, danke, ja. Wann? Wann geht's weiter? Eisklappe. Also... Da stand die nächste Runde. Ja, was ist denn? Ja, was ist denn? Ähm... Ja. Ähm... Ich hab'n Freund, da ist I love. Klicken bei Fortnite. Das denn? Okay. 12? Ja. So, ähm... Eine Minute. 35 Sekunden. Ja. Lass dann alle in der gleichen Stadt lang nur Teemo gehen. Nein. Aber du kapierst das... Du kapierst das Prinzip nicht. Hä, Alter. Nein, Lieder. Ja, lass uns machen. So, äh... So, äh... Kapierst das Prinzip nicht. Mach mir ein Turnier und du willst mit irgendwelchen Leuten teamen. Ja. Ja, die denken dann bestimmt auch 50-50. 22. Also... Ah, okay. Ja, bin Junge, warum... Ich hab'n egal, ja, ja, 15... 15 zu Schauer, ja. Ich auch. Warte, ich glaube, das werden jetzt nicht sehen. Was mit 16 zu Schauer hab' ich? Ich guck' jetzt auch. Ja, ist so, Alter. Alter. Ich glaub' es gibt... Leute, ich hab' dann rein in den Chat, abgedrückt halt auch nicht. Aber ich hoffe... Aber ich hoffe, ich komme da... Nein. Falls das mir einfach so geil ist. Warte, bin doch nicht dran. Ich bin von Lazy. Bitte, bitte. Oh, Mann. Jawohl, ich bin drin. Ich bin drin. Ich bin drin. Ich bin drin. Sag mal leise. Sag mal leise. Hab ich gewonnen? Haunted nach Lonely. Ey. Von Lazy nach Lucky dahinten. Ey, das bin ich auch. Ja, so Containerstatt, ja. Wie heißt du mein Freund? Digga, ich geh' direkt quitten. Genau, genau. Genau, genau. Oh je, ich bin mit Elie in einer Runde. Direkt mal... Bedankt euch mal beim Bus, Sarah. Bedankt euch mal beim Bus, Sarah. Ja, ich hab' dich gesehen, ich hab' dich gesehen. Ich hab' mich schon bedankt. Ja, viel. Es ist halt einfach so hart Lack, ne? Es ist halt einfach so hart Lack, ne? Digga, ich geh... Ich geh... Ich geh' nach Paradise Poms, Alter. Ely, wo gehst du hin? Äh, ich lande bei Tomato. Bruh, warum geh'n halt Tomato, Junge? Ich geh' nach Kille. Ich kämpfe jetzt. Ich will die... Halt's Maul, Digga! Ich will die Computer runter durchspissen. Okay. Warum? Ich hab' fast 20 Zuschauer. Ach, 14. Oh, Ely, wo ist mal direkt RIP, Digga? Ja, wenn man nicht die Waffe kriegt, ist das Scheiße. Digga, Ely ist direkt lost, Alter. Alter, ich traf dir klar. Also, ich hab' nie praktisch sein Name. Also, wie heißt du? Alter? Ich bin bester Spieler, ich hab' nur Glück. Wer ist jetzt eigentlich mit Lauren in einer Runde, alles? Ich, Andreas, ja. Maren? Hey Digga, er... Er ist eine Sekunde da, kommt direkt in die Runde mit Lauren, Alter. Ja, ich nutze... Ich nutze auch mal die anderen... Frau... jeden. Ohne Silus bist du da. Silus bist du da. Silus bist du da. Und wenn dieser Andreas Jaapel das jetzt gewinnt, ne? Jetzt schon keinen Bock mehr, Junge, dann... Dann mach' ich direkt aus, Alter. Ach, dann versuch' ich das. Wo bist du gerade? Digga, Lauren ist irgendwie drei Stunden bei seiner Omsel, Alter. Geht die richtig durchnehmen? Digga, Eli guckst du überhaupt noch zu? Nice Antwort. Lauren, du bist in der gleichen Runde wie... Ne, deine Zone ist ein bisschen anders. Nein, deine Runde... Lauren, du bist nicht in meiner Runde, oder? Digga, wie kann man... Ich hätt' ihn schon dreimal gestummt, Alter. Warte, ich will... Ich gucke, ob ich diesen Ramon a Grin... Grin-Kopf bin. Ramon... Ramon... Ey, Eli, wo... Wo bist du? Guckst du noch zu? Digga... Haben die euch auch alle gestummt? Nein. Mich schon, Digga. Lauren hat mich gestummt und Eli anscheinend auch. Guck dir wem zu, bis die Runde vorbei ist. Guck dir wem zu, bis die Runde vorbei ist. Der, der Lauren hört ihn... Sag die mal bitte, der soll uns alle hin stumm, Junge. Es ist so, Digga. Dann soll er den Marvin stumm, Alter. Ich hab'n Grill. Ich hab'n Grill. Digga, es interessiert halt null, ne? Hexe im Maul halten. Hexe im Maul halten. dieser marvin alter jungen erregt schon wieder auf wie keine ahnung alter nee aber jetzt alter jetzt reicht habt ihr schon hatte schon eine runde bekommen das ist ja nicht die falsche ist laura noch in der runde kann jemand in seinem stream gucken er ist es so unfair zweimal hintereinander in einer runde digga er hat wieder so einen todesluck warum machen wir das eigentlich in solo alter oh mein gott alter moritz ball aus wie viel leben bei dir noch ach man welches sturmgewehr alles klar muss los was mache ich eigentlich gerade oh nein ich glaube ich bin tot lol what gangster boy was los was los oh hier ist noch ein gegner oh mein gott digga wie lost ist er denn alter ist eigentlich irgendwer von euch in meiner runde ja doch eh lieber in meiner runde aber ich höre ihn nicht mehr dann gehe ich auch offline der gar keinen bock mehr obwohl nicht ich will noch bis 22 uhr streamen damit überhaupt lohnt der da kannst du auch zweimal in seine runde kommen kannst 20 kills machen gefühlt der auf dem server laufen nur bobs rum alter das problem ist die amal die bessere leitung alter sonst wird es ja keine probleme geben hier liegt noch ein rpg digga warum liegt hier einfach random auf dem feld ein rpg können die mich eigentlich mal bitte entsturmen nö oh mein gott das liegt ich bin ich bin ich bin ein dasक Solefest und ich kann da digga bei mir sind es wieder zwei bei mir kämpfen gerade gefühlt 20 leute auf einmal junge ich gehe kurz auf toilette ne leute ganz schön another one ich habe schon wieder drei kills und vor mir sind noch mal zwei denkst du bei uns nicht alter hinter mir von wo alter er nennt sich einfach so wie die rette die weltfrau ramirez hey digga ein kill ein kill was habe ich drei oder vier es mal nähe wo es lauren gerade die basel chris ja ja was ist nein ich bin so ich habe jetzt alle außer andreas jappel bei der mich am meisten abfragt und er sagt so ich höre ihn doch alter ja 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 ich schumme ich doch dich ich rede gar nicht so viel digga die anderen ja dieser andreas jappel digga der ist ein wasserfall jungen ich meine wörter ja ich bin leise leise die nach zehn leute hier irgendwann ja ja ich werde wahrscheinlich im film also ich werde bis zum ersten erst noch machen ich bin korrekt dankst du dann aber wohl ja Pirker cool die das ist ja wenn du das ist jetzt dann wir bei dem das ist ja auch lauren ist noch die sandre ja fräderin leider rot wo Ich hab' den Lachen vor. Lauren, wen guckst du? Lauren, wen guckst du dazu? Äh, Thai-Base-Kills. Wo ist der? Bei Retiro im Wald. Ist der gut? Der hat vier Kills. Der macht mal aus. Schau mal, ich hab' den Zeitpunkt an. Als Windiger muss los. Ich muss mir mal anhören. Ich hab' den auch in den Freundschafts-Anfall geschickt. Jo, der kann Double-Ramp, Alter. What the fuck, ey. Hu. Hu. Lauren? Ich will nicht, ich wusste, ich wusste. Okay, er hat insgesamt nur so 110 Leben. Nehm mir die Bons. Oh, der ist 111. Nein, der ist die Lando vermasselt. Oh, er kriegt hier den Kühl. Der Basic Christ ist. Halt Sven, Digga, muss los. Der Basic Christ ist. Digga, er ist eigentlich so lost, ne? Der ist in 5 Minuten, aber der. Komm mal schauen. Der Lauf und wenn du das ganz tiefst. Immer Galactic. Ich bin im Freizeit, mal leise. Jetzt würde ich wieder lobbyieren. Also ich will immer Galactic. Ich bin im Freizeit, mal leise. Ja, ich bin im Freizeit, mal leise. Ich bin im Freizeit, mal leise. Ich bin im Freizeit, mal leise. Ja, ungefähr. Also ich werde es morgen früh oder halt Mittagsdienst gehen, auf jeden Fall immer abends. Also abends soll er jetzt selbst sein, das wird wahrscheinlich morgen Mittag oder so. Tod. Nein, Spaß. Ein. Sieben Leute und ich habe 130 Leben. Junge, der war bei Laune, der hat schon den sechsten Kill, Junge. Heftiger Boy. Ami wird geschehen, ich bin fast tot. Es laggt. Es laggt. Es laggt, alter. Hast du gerade einen gesehen, der in den Rift gegangen ist, Moritz? Ich glaube, Moritz, bist du gerade in einem Baufight? Ja. Ja, da geht der einen jetzt bei Lauren hin, alter. Digga, wenn er jetzt so einen Headshot kassieren würde. Wen denn? Ähm. Moritz? Ich habe es noch halbwegs raus geschafft. Ich bin... Ich habe keine Mails mehr. Ich bin... Ich bin... ... der hat nur noch 10 Mails. Ich bin... Ich bin... Ich bin... ... ich bin... ... der hat nur noch 10 Mails. Nein. Nein. Bist du da auf der Nase? Moritz, wo bist du gerade? Bist du bei so einem Campingplatz? Ja. Der pusht dich jetzt. Er ist so lost, ne? Oh mein Gott, Moritz wird geholt, glaube ich Ne, noch nicht Dann ist das Moritz, glaube ich Ja, bin ich Komm, Digga, er hat noch 130 Leben Er hat da nur noch 101 Er gönnt sich Minis, Alter Das Leben noch 5 Leute Was? Ja, keine Chance Ich habe kein Leben, ja Keine Leben, ey Kriegt ihr euch noch zu Ende? Was macht ihr? Ja, über 3 Pile Alles klar, Digga Beste Leben, Digga Ende? Ne Ja, okay Nächste Runde bei 23 Moritz Ballhaus Bester Mann, Digga Nächste Runde Ne, Lauren ist raus Lauren sind stummer alle Ja Ja, weil du glaubst, Moke gehört hast Den Copyright 23 Lauren, bitte nicht mehr Milch und Sturm, danke Doch, ich stumm jeden aus und jeden, die gerade bei mir nach unten Er ist aber voll Lauren Lauren, kann ich Mod Ja Dann give me Mod, please Ich bin jetzt am mindestens mit 3 Leuten Ja 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 Nachher Ich hoffe, ich bin in der Ich bin, ich hoffe Ich bin in seiner Runde und ich kann ihn richtig auseinandernehmen Junge, ich Ja, ich auch Lauren, sag mal von wo bis wo Ja Ja Ja, das klingt gerade Ah Bitte, bitte Ich bete an Gott, Junge Bitte, bitte Jesus Christ, please Ich bin noch nicht drin Bitte Das heißt wieder nichts Gutes, Alter Das, bei mir ist auch von Spandau noch Lazy Nein, das ist von Lazy Nein, genau Genau andersrum, Alter Von Lazy bis zwischen Greasy und Schiffy Halt deinen Maul, Alter Ja, ich glaube, ich bin mit Ich glaube, ich bin mit Lauren in der Runde Nein Ich bin schon wieder Ehe Ja, ich bin mit Lauren in der Runde Ich komme von Railroad Ich bin mit Lauren in der Runde Ich bin mit Lauren in der Runde Bei Lauren in der Runde Wer sind wir? 96 Ja Ja, ich bin Bei mir eben 97 Alter, ich gehe flasch Elie ist drin Warum, Digga? Mach doch noch eine mit, Digga Ich bin einfach ein fucking Tilz Bei mir ist ein Skytrooper LOL Bei mir ist einfach ein Skytrooper Digga, der Fick, Digga hat jeden mit der Pistol, Alter Mit der Pistol Der ist richtig am Speedhacken, Junge Oh, da war einer Okay, erster Kill Tusk Nee, ich glaube, wenn ich den sehen würde, würde ich den glaube ich wohl weiß, ich weiß nur weil nicht, ob ich ihn überhaupt mitnehmen würde Ich bin gerade nicht da Ich bin nun gerade nicht da Ich bin nun gerade nicht da Ja Nö Glaube nicht Bei mir ist immer noch dieser Skytrooper in der Runde Digga, bei mir ist immer noch dieser Skytrooper in der Runde Wo du gerade im Kling Ja, der da reinläuft Da läuft du nicht die Bumbe Elite Agent mit Flügeln Nee Bei mir ist glaube ich wieder dieser Bergfried in der Runde, Junge Dieser Bergfried Dieser Bergfried Dieser Bergfried, Digga Bergfried, Junge Von Bergfried oder weiß ich nicht Von Bergfried, Digga Best Name, Digga digga wer leute auf jeden fall guckt euch mal einen snipe an von mir heute super stelle der rei super viele oder was weiß ich mit dem typen bitte alter oh mein gott alter ich bin der schlechteste spieler aller zeiten bei mir ist mal so einer in den stream gekommen mit 800 abonnenten ich freue mich wie der jetzt hat hax wie ist der ehrenmann junge es macht keinen spaß dieses turnier alter ich bin jetzt erst mal weg und wer am ende die meisten kipps von den gewinnern hat derzeit gewonnen also ich kann es einfach wohnen spielen und dann konnte ich noch probieren viele kipps machen dann halt aber ich muss auch gewinnen als wenn ihr viele kipps hat aber nicht gewinnt dann bringt euch das nicht aber wenn ihr zum beispiel schon habt dann könnt ihr jetzt immer noch mehr und so dann freue ich euch noch mehr auf und dann ist ein paar mal mehr aber dann die meisten kipps also man muss auch wohnen spieler war schon okay also ein bisschen schwierig in dem wirst du immer noch flasch allein hier steht kein autofakt und ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin jemand da haben wir in der da der Leiterung macht auf jeden Fall strengt Hunderbecker. Ich habe einen Ballschatt und er schießt auf mich auf ihm. Nein! Oh, oh, oh. Spending Jerome. Das kann so geil. Er gewinnt. Er ruhr in Herzen. Oh, 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 oh. Damit es. Er hat 5 K200, mein Jerome. Bin wieder da! die weiß und dann kann es nicht haben und im und und auch auf europa zu schweißen aber eben ein eben an, der kriegt nix, ist nur wie so'n Typ mit einem Kill. Als wenn, Digga, als wenn, Junge. Ja, Digga, der kriegt gar nix, wie nach Jeroen. Der zu uns fehlt. Oh, der mit dem Anklick ist noch schlechter. Oh, der muss so. Oh, die muss nicht. Die muss nicht. Ja, mal guck, eins wird, eins. Eigentlich nicht. Ich so'n und so'n und so'n und so'n. Nur gegen andere. Also, wenn du ging's wollen. Aber kein Bock gegen andere. Er macht morgen zwölf. Laura, mach mal was. Zwölf. Morgenabend. Irgendwann morgen früh. Also, mal gucken. Also, morgen um 19 Uhr. Wieder. Ja, wieder eigentlich passierten Abend. Gut. Elie. 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 Oh, der Elie. Oh, der Elie. Oh, er wurde geteilt von Knight Rider. Ein Kill und 20 HP. Okay. Ich guck mich, wo Leute ist sie dann. Wie ist denn der Schubbistroli? Nein! Hier ist einer. Komm, Elie, hol ihn. Wenn's weiter kill, dann ist er schon gut safe. Oh, er geht aus dem Weg. Was ist denn das ist der Schubbistroli? Ja. Das ist der Schubbistroli. Ja. Ja, Liga, schick du mir eine Anfrage. Siehst du auch mal links rein, aber ich schick keine Anfragen. Du kannst mich euch adden. Warum? Ja, echt, weil die mich adden sollen. Es ist ja live dann. Mach doch was du willst. Du willst, Junge. Ich guck jetzt erstmal den Leuten vor. Oh, jetzt sind sie mit dem Tonier. Ach, kann auch kaum Mimis. Du, warum trinkt der kein Mimis? Da liegen Mimis. Er trinkt die einfach nicht. Oh Mann, ey. Und den, den du grad zuguckst, ne? Der ist ja so lost, ne? Ja, der kann kein Mimis trinken. Guck, der zieht über das Raum. Nein, ich passe. Nein. Ja, und der hat mir gerade noch ein Pick, ey. Dann ist das so einer. Ja, der hat schon mir Account auf einem Mimis gekauft, aber. Alter. Ich sollte von Moritz Spalaus sagen, er geht gleich auf, aber er guckt weiter ins Team. Hey, nein. Hey, Moritz. Ja, ich gucke euch gleich auf. Ich gucke denen auch weiter. Dann die alle anderen zu suchen. Okay, wir werden mal drinnen. Hey, ihr könnt mir aber auch dann gucken, wie ich spiele, ne? Moritz und so. Bei ihm im Stream. Nee, egal. Wo er zurück. Okay. Auf jeden Fall. Wie lange machst du noch? Ich? Ja. Äh, bis, äh, bis 22 Uhr. Weil ich dann auch keinen Bock mehr habe. Danilam, Danilambo. Ich rufe nochmal Conner an. Ähm. Überruf. Wie sich das anhört, Junge. Ja, Conny geht mir nicht dran. Conny? Ja. Ja. Dann so los, guck den anfie scahn. und so ein gewolltes ist gucken wir an ob ich weiß ich weiß ich verstehe ich nicht noch mal lauren du sollst mal diesen wird noch kurz andreas jappel in stunden und hier oben fangen wir gleich an dann soll doch das gleiche was oh junge bester mann oh mein gott guck ihn dir an wer schießt da soll ich euch sagen was der gerade gefragt hat weil die nächste Runde hat die da mit dem Busch geschossen hat der Typ oh nie oh nie oh nie warte ich muss mich nicht ein Nein! Er hat gerade zu seinem Papa gesucht! Adria, ich hab mich mal gerne mit deinem Vater. Du hast ja ihm gesagt, dass das ein Donut in mir ist. Nein, nein, nein. Hat der nicht, was hat der gesagt? Hätte sein Vater gesagt, dass er grad einen Donut in mir macht. Was hat der gesagt? Als Sven Digga, muss los. Ähm, Lauren, Lauren, ja. Nein, nein! Guckt euch mal den Loot an, von dem er grade gefehlt wurde. Ah, ich glaub, das wäre noch eine Hypo-Marche-Sniper. Ja, moin, Alter, ich mach nen Tanz und das ist keine Musik bei dem Tanz. Wahrscheinlich denkt du, der Vater, dass es irgendwie vollskörig war. Jo, auf jeden Fall ist vollskörig schon. Leute, ich geh jetzt auf, also ich komm morgen dann wieder um 19 Uhr wieder. Hä, morgen, morgen, Lauren, du machst morgen um 12 Uhr oder nicht? Ja, auch, das war. Jo, Edi. Alter, der hat mir aber komplett los, der backt einfach deiner Wand fest. Edi, du bist auch noch. Ja. Edi, komm doch. Was ist das Ding? Schau. Schau, Moritz. Alter, der war ja komplett los. Mein Favorit! Ja, ich kenn das. Mein Favorit eigentlich sollte sind, aber ja, wir sind noch nicht in der Runde. Was ist? Du bist eigentlich, bin ich der Favorit von uns allen. Ich? Aber du machst noch nicht in der Runde. Ja. Ähm, Lauren, wo ist der, dem du grad zuguckst? Der ist Hilfe, der läuft jetzt aber raus. Oh nein, bei mir ist der gelandet. Wie seht's? Schreibt grad wer auf dich. Bei mir ist grad wer auf dem Berg. Ja, ja, in meinem Typ schreibt auf euch. Da seid ihr auf den, auf den etwas, also da ist jetzt ein dicker Becker, da seid ihr auf den etwas kleineren da. Ja. Ja, die sind auf den etwas kleineren. Ja, wer, und da kommt jetzt noch einer zu euch. Lauren, wie heißt du nochmal auf Youtube? Schub. Lauren, 1-6-0-1. Lauren, den ist noch ein. Evi hat's rein. Evi hat's rein. Evi hat noch mehr Sniperfil. Oh nein, der schiebt weiter. Wir fangen zu. Ich will hier irgendwie weg, aber ich hab keinen Jumphead oder sowas ähnliches. Kennt ihr Skyguy? Keine Ahnung, ne. Als wenn, nur. Alter, was bauen wir jetzt hier so? Es ist halt... Oh. Der hat die erste gemacht. Alter, das ist mein Haus. Demolier doch nicht mein Haus. Du trotz darfst, Evi. Du darfst. Also mal Hashtag Evi. Conor McGregor. Oh shit. Oh shit. War der Sniping knapp. Überwiegen. Oben wird man anderer Seite am Umballert. Alter. Macht kein Fan-Witch aus mir. Oh mein Typ hat den auf dem Berg gehittet. Also der Typ auf dem Berg, der nur noch irgendwie so... 43 HP. Also seit 157er Shot passiert. Meiner piegt so ein bisschen. Oh, grad hab ich gesniped, Alter. Ja, ich soll jetzt viel Glück sagen, verloren. Oh. Klotz. Pass auf, er piegt wieder. Also wenn er piegt, dann ist er gut. Aber er muss zauern. Er muss zauern. Okay, er geht in Taschenreflex. Alter. Er geht safe auf den Berg. Er hat jetzt den übelsten High Road, ne? Okay, auf dem Berg ist wer, die fighten jetzt gleich. Ist deine Zeit umhoch geschlossen. Das ist... Nein, das ist ein blauer Racer. Ja, ich glaub, da muss er was machen. Andreas, Digga. Bester Mann, Junge. Okay, er ist am Berg runter gegangen. Er ist alleine auf dem Berg. Oh mein Gott. Warum die hier... Die haben alle von Berg ab... Ne, doch nicht. Das ist okay. Nein! Oh, hat der schon... Alter. Ich wollte grad bauen. Fünfter. Ja. Nein! Oh, hat der nicht. Alter. Das ist so anbauen. Okay, Moritz, das Fiefer. Was? Okay, drei Leute machen noch nicht. Seid ihr jetzt gequittet? Ja. Okay. Okay. Okay, bei 42. Wir müssen jetzt alle in die Runde kommen. Sehr geil. Ja, ich hoffe es mal, Mann. 42. Okay, bei 42. Wir müssen jetzt alle in die Runde kommen. Genau. Nein. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 4. 4. 4. 3. 2. 3. 4. 4. Ja, ich bin noch nicht drin. 4. Du bist vor mir drin, alter. Es ist schon wieder kein geiles Zeichen, alter. Ach, Mann. 5. 6. 7. 9. 1. kann ja wohl nicht sein ja habe ich schon es macht keinen spaß er ganz im ernst lauren dies turnier ist die größte scheiße ganz im ernst alter dieses turnier ist die größte scheiße auf erden junge 93 online wenn ich in der selben runde bei mir leben 95 also können wir wieder quitten oder was nice junge another one ja es ist wieder so scheiße 44 ja warte mal please es ist einfach so scheiße ja ich bin jetzt auch bereit kommt bitte junge ich bitte an gott und die letzte runde die ich jetzt mache es machen wir einmal das so dass wir in die runde gehen dann einfach alle den busfahrer danken und dann gucken wir werden in welcher runde doch lass es machen das spannender und liebe dann ich gucke einfach ich baue mich einfach hoch und guckt nach einem galaxy skin aber was denke ich mich im wursch als mull junge machen schon mal warte es ist so scheiße warum wie viel leben bei dir das kann man doch nicht sehen junge wie schnell das ging ok macht alle macht alle bedankt sein muss sein ja ich bin mal nicht ich bin schon wieder nicht ey von wo geht der bus ich versuche jetzt die runde zu gewinnen kann die dann bitte auch zählen junge es ist einfach unfair junge alle sind fünfmal in deiner runde ich noch nicht einmal es macht keinen bock junge ganz im ernst match im match leften instant junge stream ausmachen schon direkt kein bock mehr auf lauren so tschüss bis morgen um 12